Hier sind 20 abgedrehte und verrückte Momente im Wrestling und MMA. Also bleibt unbedingt dran und abonniert unseren Channel für mehr. Die schnellen Reflexe dieses Kampfrichters bewahren diesen Kämpfer vor schweren Verletzungen, nachdem er ausgenockt wurde. Der indische MMA-Kämpfer Jason Solomon kam mit einer recht arroganten Einstellung in den Ring, doch sein Gegner zeigt ihm schnell, wer der Boss ist. But the hometown advantage goes to the Delhi Don, Jason Solomon, representing the Mumbai Maniacs. Jason Ramez Solomon, representing the Delhi Gladiators in the red and here we go. For the welterweight, oh, he's hurt, he's hurt, he's hurt, he's out, he's out, unbelievable. 10 seconds, Amitesh Chopi, new Superfight League welterweight championship of the world. Ein Kämpfer und ein Ring-Girl geraten nach dem Match in eine peinliche Konfrontation. To the center of the ring, please. After one minute and 59 seconds of round two, the winner by Stovic, Michael Blair. Diese Fighterin macht den Kampfrichter mit dieser gewagten Aktion sprachlos. Dieser MMA-Kämpfer versuchte seinen Gegner zu schlagen, schlug sich allerdings stattdessen selbst K.O. Fighter Park Day Song meidet öffentlichen Kontakt mit Frauen, nachdem er schwere Belästigungsvorwürfe erhielt. Und meiden meinen wir wortwörtlich, wie man in diesem Clip sieht. Na, ein verwirrtes Ring-Girl hebt hier ein Schild hoch, das die nächste Runde ankündigt, der Fight war aber schon vorbei. Der Move dieses Kämpfers wirkt fast wie aus einer Anime-Serie. Japan ist die Heimat der verrücktesten Shows der Welt und auch dieses Fight-Spektakel ist keine Ausnahme. Aber ja, hier kämpfen echte Menschen tatsächlich gegen leblose Puppen. Diese Mutter eines Wrestlers beschließt, dass ihr Sohn genug Schaden genommen hat und nimmt die Sache selbst in die Hand. Man merkt, dass sich diese beiden Sportler nicht wirklich mögen. Ihre Feindseligkeit zeigt sich auch beim Kampf auf der Matte. Zumo-Ringen ist ein merkwürdig. Zumo-Ringen ist ein merkwürdig. Sport, so wie dieses Video auf jeden Fall beweist. Ein eingebildeter Kämpfer wird hier deutlich in seinen Schranken gewesen. Vielleicht hätte er sich auf das Kämpfen konzentrieren und keine Tänze aufführen sollen. Dieser Cope schafft es kaum seine Augen von Misha Tate abzuwenden. John Dodson ist offensichtlich beeindruckt von diesem Ringmädchen und beschließt etwas Außergewöhnliches zu tun. Diese Frau hat den schnellsten Schlag der Welt, oder was meint ihr? Und das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und vergesst nicht unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Macht's gut! Bis bald! Bis bald imام